Jetzt die Frage, welches Tier hat die süßesten Babys? Ich muss halt schon sagen, eigentlich finde ich Hundebabys echt sehr süß. Vor allem kann ich mich gut daran erinnern, unsere drei Hunde, die wir zu Hause haben, als die mal klein waren, da war das schon extrem. Und wir haben unseren Golden Retriever damals nicht abgeholt, aber wir haben ihn angeschaut. Da war er noch ganz, ganz klein, ich glaube fünf, sechs Wochen. Und der war schon echt sehr, sehr süß. Deswegen Hundebabys.